5.52 Uhr ist der Sonnenaufgang, ne Quatsch. 5.59 Uhr ist der Sonnenaufgang, wird immer später. Das Sommer geht langsam vorbei. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus da hinten. Ich konnte da eben noch nicht so richtig sehen, aber der Himmel ist schon sehr orange. Hammer. Oh, ein toter Vogel. Ein toter Vogel. Aufpassen, dass der Hund da nicht rangeht. Komm, 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 nein, ab, weg da, nein, hey, ab, aber ganz schnell. Ich kenne die Biest, doch, die Biesten hat sich dran gesühlt, ja, bäh, machen Runde ja immer. Wenn irgendwas stinkt, dann wälzen sich da gerne drin. Dann war das gerne Terrier, weil das irgendwie so ein Dominanzverhalten ist. Wer am meisten stinkt, der ist der Beste oder so. Keine Ahnung. Der hat sich mal in Schwazenscheiße gewälzt, wird drei Tage gestunken. Ehrlich, jeden Tag ging es um die Dusche, aber wird drei Tage wirklich gestunken. Widerlich. Kann man brechen, wenn der Hund ankam. Die ganzen Leute hier sind ja vorne in der Promenade schon so viel gewesen. Das ist so doofe, wenn der Sonnenaufgang so spät ist, sind immer mehr Leute unterwegs. Sommer ist definitiv oder geht so sicher vorbei. Das Schöne ist, wenn es nachher wieder kälter ist, dann ist auch wieder keiner am Strand. Also es ist immer nur so eine kurze Phase, wo man viele Leute am Strand trifft, egal zu welcher Zeit man da ist. Aber an sich gefällt mir Sommer und Sonnenaufgang. So gegen 4, 4.30 Uhr, 5 Uhr, das ist die beste Zeit. Da ist der Hund. Da ist der Stuhl. Der Typ hat gerade eine Dünen gepisst. So ein großes Stück Drei-Port-Teil-Kilo, das habe ich auch noch nie gesehen. Das erste Mal, denke ich mal, naja, fünf Minuten noch, dann ist der Sonnenaufgang. Ein bisschen wenig Wolken, also gar keine Wolken, also Timelapse ist heute nicht so eine Tralle. Lassen wir dann. Nächstes Mal wieder. Wie langt von Rot da hinten. Wie viele Leute hier am Strand sind, das ist so schrecklich. Da hinten war, also hinter mir, war nett, der Typ da in dem Stuhl. Dann saßen da noch zwei im Strandsand. Die hat gar nicht gesehen vorher. Da sind Promenade noch ganz viele. Und hier, jetzt wo ich Land laufe, mir entgegen, da vorne, da stehen ein, zwei, drei, mindestens vier, fünf Flöge nochmal rum. Wenn ich alle sehe. Da kommt die nächste in den Strandaufgang runter. Mann. Das erste Stück Sonderkult raus. Jetzt geht es schnell. Ja, da sind unsere Hälfte draußen. Geht wirklich schnell jetzt. Hier ist die fast ganz raus. Nu ist die Sonne fast ganz raus da hinter mir. Die machen gerade FLK, deswegen kann man nicht so hinhalten. Ein bisschen doof gewesen, naja. Aber jetzt ging wirklich schnell. Ein paar Minuten und zack war die Sonne da. Bumm, jetzt ist sie raus. Wahnsinn. Und schön ist es. Den kannst du wirklich nicht mitnehmen. Nein. Los, ab. Komm. Krass, wirklich. Der Stab wurde ja garantiert auch angespielt. Oder der Ast, Stamm. Hier auch schon wieder einer. Also es ist wirklich viel. Wirklich viel Treibwölzeln, die er angespielt war. Komisch. Ich weiß gar nicht. Aber der Sturm war eigentlich gar nicht oder so. Naja. Hier die Tonne im Wasser, die ihr da gerade gesehen habt. Da hat sich letztens jemand gemeldet dazu. Ich weiß gar nicht mehr wo. Instagram glaube ich. Weil ich das in meinen Instagram-Stories irgendwie erwähnt hatte. Und dass die immer an den Strand bauen, Wahnsinn. Naja, jedenfalls schließt hier um die Beg lang. So ein Fluss oder Abwasserkanal, keine Ahnung. Ich habe da zwar schon mal umwandvon gehört, aber so interessiert es mich dann doch nicht, auch wenn ich hier wohne. Und das kann sein, da die Unteröde-Schlangen fließen soll, den letzten Rest, dass das der Ausgang von der Beg ist. Trotzdem, kann natürlich sein. Hört sich irgendwie plausibel an. Wundert mich nur, dass ich die vorher noch nicht gesehen habe. Wir müssen ja auch erst irgendwie neu gemacht haben, glaube ich. Keine Ahnung. Ich brauche eine Hand mehr, also einen Arm und eine Hand. Ich habe eindeutig zu wenig, ich weiß nicht. Das hier muss ich ja immer so in der Hand tragen, weil wo soll ich damit hin? Kein schlechter noch. Nee, ich gehe nicht mit dem Rucksack morgens zum Strand. Oh, scheiße. Wäre aber eine Möglichkeit. Na ja, dann die Kamera hier, dann sollst du noch Snapchat machen, dann sollst du noch Instagram Bilder posten, dann sollst du noch Instagram Storys machen. Oh, ich brauche noch zwei Arme und Hände. Komisch aussehen, würde aber Sinn machen. Die spielt mit dir. Die spielt mit dir, guck mal, die ist immer noch da. Los, ab. Muss man eigentlich jemandem Bescheid sagen, wenn ein toter Vogel am Strand rumliegt? Muss man ihn irgendwie melden? Das sollte man bestimmt eigentlich, oder? Hab's getwittert, muss reichen. Momentan sind noch echt viele Jogger am Strand unterwegs. Das ist schon viel. Ich würde auch gerne wieder, aber mein Knochen tut irgendwie immer noch weh. Ich glaube inzwischen, dass ich an den Arbeitsschulen liegt und ich neue Arbeitsschuhe brauche. Na ja, diese Woche noch, also eigentlich nur noch bis Samstag, drei Tage noch mit heute und dann habe ich erstmal eine Woche Urlaub.